Und wir sind auf Sendung, mit Kingdom Hearts Chain of Memories. Und irgendwie, ich höre den Ingame-Sound nicht, was geht da ab? Das ist normal, weil... Klick jetzt nochmal auf den Emulator. Was ist jetzt der Ingame-Sound? Jetzt kann ich wiederhören. Wunderbar. So, das Intro skippe ich einfach mal, weil das voll assi ist und zu lange dauert. Skippen, 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 skippen. Uninteressant, mach schneller, Sora. Mir fehlt die Sprachausgabe in dem Spiel, das finde ich schade. Das ist halt, äh... Oder man hört nur ganz am Ende, spricht, oder? Ne, das ist nicht mehr ganz am Ende. Naminé! So, das Schloss-Sens-Files. Oh, das ganze Intro draucht schon eine vorgespulte Minute. Gibt's doch nicht. Aber ich will ein paar Kämpfe machen zum Test. Ja, laber nicht so viel. Gut, dass man das wenigstens skippen kann. Muhaha, ich bin so clever. So, Startgericht halten, dann skippe ich das. Falsche Taste, so. Und so hast du jetzt... Also, du willst jetzt Einkunft. So. Ja, ich weiß das. Hör auf zu labern. Äh, wie viel skippen? So. Jetzt bin ich zu Zeit. So, jetzt gebe ich die Karten mal aus, damit ich mal den 1-2-Kämpf machen kann. Okay. So. Huah. Äh, springen. Okay. Denke zuerst einmal, wer will die Stanspielen an die Karten aus. Ah, Knopfkarten. Okay. Bam, bam. Okay, verbrauchst du alle den Karten bis zur Haltung sind fähig. Verbrauch alle Karten. Okay. Huah, tschak, boom, bam. Bam, boom, tschak. Kann ich kombinieren? Ne, kann ich nicht. Logisch, wieso auch nicht. Bam, bam, nimm das. Huah, und Rückangriff. Aber so weit funktioniert das, ne? Jo. Im Sound. Tast an uns. So, auch keine Karten mehr. So, das können wir hier ein bisschen skippen. Ja, ich will, dass die Karten zurückkommen. Äh, auswählen. Ah, ja, ja, Select. Select, Select war hier. Gut, wunderschön. Äh, Vorspulen wieder. Das brauch ich nicht. Okay, das sieht irgendwie sehr albern aus, aber ich wollte eigentlich mal vorkommen. Okay. Oh, Gott. Wir sind Traversions. Bekomme ich auch gleich meinen ersten, richtigen, relevanten Kampf. Ja, da muss ich den Speicherkristall. Ich veröffentliche den Speicherkristall speichern. Jetzt mache ich das fast kaputt. So. Jetzt hat. Bam. Los geht's. Äh, Gott, wie funktioniert das nochmal? So. Ewig nicht mehr gespielt. Ich kenne diese Spiele. Das ist total cool. Das habe ich auch für GBA. Das macht Endspass. Wow. Okay. Pausieren wir hier. Ich sag, pausieren wir hier. Wo war die Pause-Taste? Gott sei Dank. Ach, ich kann nicht Pause zurück. Ach, bin ich doof. Egal, schneiden wir. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.